Neues Good Twitch Content Germany Video. Uh, Pockcam. Good German Content. Content German. Hey, ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Nein. Für Streamer, packt bitte eure Facecam hier oben rechts hin. Nein. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht das über mein Twitter. At Moin, bin der Ben. Okay, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass es sie wirklich insane triggert, dass ich meine Facecam da nicht hinpacke. Ich packe sie hier hin, okay? Es ist ein Kompromiss, den ich eingehen kann. Ich packe sie hier hin. Irgendwann anders mache ich es vielleicht oben links. Ach, ich soll sie oben rechts hinpacken, hat er gesagt. Wenn die Facecam hier oben rechts hin. Ach so. Ja gut, dann ist es besser, wenn ich sie hier lasse. Ja, perfekt. Clips schicken wollt. Easy. Macht das über mein Twitter. At Moin, bin der Ben. Perfekt. Und ja, enjoy. Das hat ja bestimmt extra abgeändert, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, nein, ich will das nicht. Gibt es Stuck-Gay-Porn? Das war ich nicht. Das war meine komische Zwillingsschwester, Antoinata. Die ist so seltsam, holy shit. Ganz komische Streamerin. Heute meine Ausbildung gekündigt. Pottscham. Wir hören uns, Basti. Melde dich, ne? Tschüss. Warte, ein Arschloch. Ich wünsche da bei der Phone-Call drin. Von mir und Henke mit. Jo und Tonja, wollen wir es machen? Nein, okay. Okay, Chat. Ich muss mir Wasser holen. Legit mein, ähm, mein, äh, meine, äh, äh, Saugdrüse. Ah. Cooler Streamer steht klassischer Revi-Stream. Seid ehrlich, Chat. So sind Revi-Streams. Das sind Revi's Craft-Attack-Streams, oder? Das sind sie. Ansonia, komm in Discord. Häääääää. Sehenstatt, wenn du stehen bleibst, einen Block abbaust und Netherite findest. Häh? Ich wusste doch, dass es die gibt. Das ist ein Mammut. abgelöst sabine nice rettern rückwärts kobra rettern rückwärts nach als tun und ich dann in der stadt angekommen sind waren erstmal alle läden zu ich dachte mir so wie halte ich bitte ja warum sollen die auch offen haben ist das bad saar oder geht eh niemand irgendwas kaufen ich meine es ist ziemlich dorfake da hat auch nichts offen das halt dorfake naja die sind in meiner und den internet you can find me full body der boi hat balls das on stream zu googeln und nicht in full facecam zu gehen ich glaube acht oder so acht oder sieben oder neun ich habe keinen kopf ich auch ich will wieder fortleid spiel ich habe letztens mal auf der zwei stunden lang fortleid gespielt Ich habe sogar privat gestreamt für meine Freunde, dass die zuschauen können. Yo, was ist das lagging Ping, Bro? Ist das, weil deine Grandma sin on the internet? Die Runde wird's. Oder wie geht das Sprichwort Leben ist hart und die Wurst hat zwei? Das ist mein Lieblingsclip von Danny, glaube ich. Oh, ich glaube, es ist legit einer meiner Lieblingsclips. Das ist meine Top 3 Lieblingsclips von Danny. Oder wie geht das Sprichwort Leben ist hart und die Wurst hat zwei? Das heißt, was hat er sich gedacht dabei? Leben ist gut, aber die Wurst auch. So heißt das Sprichwort. Schönen Tag, Schröner mein Name. Willkommen beim Wundervollhilfe. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich kann dich aufeinander... Nein, es geht exakt so. Hallo. Hallo, das ist die Computerstimme. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie Probleme mit Ihrem Internet? Dann drücken Sie die 1. Haben Sie Probleme mit dem Internet? Dann drücken Sie die 27. Haben Sie Probleme mit Ihrer Internetleitung? Drücken Sie die 793 Raute 379. Dann drückst du das? Dann warte und dann kommt... Dankeschön. Sie werden in Kürze verbunden. Du, 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 du. Und dann bist du für 10 Minuten in der Warteschleife und dann kommt... Hallo Telekom, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe Probleme mit meinem Internet. Irgendwie funktioniert nicht so gut. Okay, ich leite Sie eben mit einem Kollegen weiter... Einen Moment bitte. Und dann nach 40 Minuten gibst du einfach auf. Dann hast du einfach Scheiß-Internet und das Leben ist einfach so. Und dann dieses Bild zu denken, was Starlet Nuva letztens gepostet hat. Holy fucking shit. True though. Holy shit. True. Das ist äh... Digga, Karl! Karl am Kuh im Chat-Kommentar actually hot! Bro, Karl weiß, wie man Insta-Kommentare verpasst. Actually hot. Aber Karl, es tut mir sehr leid, dich zu enttäuschen. Aber ähm... Ich sag's so wie es ist, Nuva ist schon in meinen DMs. Das tut mir sehr leid, Karl. Das wird nix. Das ist äh, die hot. So, oh... Oi, Mashallah. Wenn du noch mal hier... Ja, Reverse Holo in Beauty ist gut. Oi, Beauty, die finde ich auch geil, Digga. Die ist neun. Die ist neun. Ich glaub, du bist einfach ein Rentner. Ich glaub, du bist einfach ein Rentner. Ich glaub, du bist einfach zu langsam passiert. Hey, Cisco, kann man nicht rennen. Man kann nur laufen und sneaken. Kazak... Kazakstan? Jo! Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Was ist denn Kazakstan? Wer denkt dir, es gibt irgendwo Leute, die f***en mit Rübsen und Arschbacken? Also der Mann rübs dann der Frau in die Arschbacken? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich anders zu sagen soll. In welcher Klasse hat man Sexualkunde? Mag Hugo mal jemanden erklären, wie Sex funktioniert? Irgendwer? Ob ich die nächsten drei Sprünge schaffe hier? Was ist das denn? Dann mach ich einfach so solche Jumps. Eins. Jetzt würdest du eigentlich auch mal ein Game wieder spielen. Also was jetzt wieder? Ich hab so noch nicht gespielt! Oh! Digga! Ich hab mich voll verbrannt oder so. Warum ist das so heiß? Oh mein Gott, Brandblase. Brandblase mal ganz mies. Boah! Ja! K�DAI Meu Lasst Ines in seinen Feels-Chat. Banger-Track, sagen wir es so. Die Adele-Tracks, die fühlt man aber auch, oder, Chad? Da ist man so richtig... in seinen Gefühlen. Wisst ihr, wo ich schuck bin, Chad? Ich muss es euch jetzt sagen. Ich habe letztens mit Chris gechillt und ich mache so einen Song von Sia an. Ich denke, Sia kennt jeder von euch, oder? Like a chandelier... Kennten ja alle von euch Sia, ne? So, Chris sagt so. Ja, kenne ich nicht. Ich so, wie kennst du nicht? Sia, Sia, kenne ich nicht. Ich zeige ihm die Songs, okay? Ich gehe da drauf und ich frage ihn so. Jo, kennst du das? Chris sagt, nee, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Zeige ich ihm Cheap Thrills? Sag, ja, kenne ich nicht. An dem Punkt dachte ich, dass er mich verarscht. Zeige ich ihm das hier? Hat er gesagt, kennt er nicht. Habe ich ihm das hier gezeigt? Kannt er nicht. Da habe ich schon fast aufgegeben. Zeige ich ihm Titanium? Und er sagt, nein, kenne ich nicht. Ich dachte, er verarscht mich. Habe ich ihm das Till Dawn gezeigt? Kennt er nicht. Hat er gesagt, ja, ist das jetzt so unnormal? Habe ich gesagt, Chris, ich dachte echt, er verarscht mich. Ich habe gesagt, Chris, wo lebst du? Ich habe gesagt, dass es dasselbe, wie er mir sagen würde. Kesha? Kenne ich nicht. Wirklich? Dann dachte ich so, okay, vielleicht kennt er die alten Lieder von Sia nicht. Kann ja sein. Dachte ich so, okay, dann kennt er wahrscheinlich das hier, aber. Weil, schau mal, selbst wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen Tanzverbot, wenn du ein bisschen Tanzverbot, äh, Tanzverbot. Hä? Wieso Tanzverbot? TikTok? Wenn du ein bisschen TikTok guckst, dann kennst du doch den Song. Kennt er nicht. Ich war sehr überrascht, Chad. Geschenkt, 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 Geschenkt. Was machen Yoga Stream? Ja, okay. So, gestrecken wir uns mal erst mal. OOOOOOOOH! God. Yoga Stream kümmer auch gut. Hab ich mir so ein kleines Lego-Schwert von so einer Figur in meine Haarenröhre gesteckt. Weil ich nicht wusste, was ich da mache. Ich habe mir wieder nicht, dass Danny jetzt fragt, was eine Haarenröhre ist. Was ist nochmal die Haarenröhre? Jo, 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 hab. Es war so klar, no joke, es war so absehbar. Meine alten Pokémon-Karten. Es war eins an der Reaktion, dass er nicht reagiert hatte, wusste ich, jo, Danny weiß nicht, was die Haarenröhre ist. Gefunden. Was war nochmal die Haarenröhre? War das hier unten in, war es denn eine Rache? Nein, die waren unten Monster raus. Nein, waren die nicht. Klar, ich habe reingesehen. Du hast einen reingesehen, warst du in Köln. Oh, huge. Oh, mein Gott. Passiert. Jawohl. Komm, nein. No fucking way. Shut the fuck up. Komm schon, kein Flip, kein Flip, kein Flip. Den Clip hat, glaube ich, Elgato repostet oder so. Nee. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist zu günstig. Das ist aber immer noch eines der besten Mario Karts, wirklich. Das ist auch so sexy. No joke. Eins der besten. Ich habe ja immer Elgato absolut getrash-talkt, ne? Ja. Ähm, weil meine Cam ist ungefähr 40 Mal am Tag gefreezt. Entschuldigung. 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 Man hat einen USB-Bandbreitenfehler von Elgato. Oh. Hat er an der Stelle ein Placement gemacht und war so, aber inzwischen ist Elgato echt super. Das wäre es noch, wirklich. Das wäre es. Oh. Perfektly timed clip, Rethon. Oh mein Gott. Digga, das wird der größte Trimax-Strudel, den ich je gesehen habe. Ich habe vergessen, Löffel mitzuholen. Trimax-Strudel. Eww. Was ist das? Ronny, wenn du Eier hast, dann schießt du dein Grün nach hinten. Mistlich. Der ist doch richtig gut gewesen, holy shit. Ich fasse Tricky-Bot, bin ehrlich. Ich könnte mich jetzt hier onstream. Ich könnte mich jetzt unten drinnen und ducken. Wenn würde das ins nächste Video schneiden. Schaut. So, danke, damit sind wir durch. Jeder war... Big ass vote, Danny. Nein, hallo. Danke den Vertretern der Politik. Danke den Vertretern der Experten. Und Ihnen vielen Dank. Entschuldigung, wann macht Xenapa wieder auf? Bei Andrea gibt Angeboten. 69 Euro für Blowjob, ja? Wann macht wieder auf Xenapa? Ha? Ha? Hallo? Bei GNTM hätten sie die, äh, Frau mit Gebärdensprache so übersetzt. Wow! Und dann haben wir noch beschlossen, dass nach § 783... Entschuldigung, wann macht Xenapa... ...eins zu eins. Willkommen! Gibt es Vodka hoch! Alles Gute! Mach's! In einem Lagerie-Laden gearbeitet. Wir spielen das nachher. Du bevorzugst also CA große D bis F. C ist so eine Handvoll bei deiner Hand große ungefähr. Ich find der Dono nix verstanden, glaube ich gerade. Mich... Äh... 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 Das bin ja wirklich einfach ich! Die hat diese Leggings an von TikTok. Kennt ihr diese... Diese Leggings von TikTok, die sie den Hintern hochheben, die so momentan voll im Trend ist? Nein! Perfekt! Gä Wu, 20 Uhr! Wunder mal? Ja! Ich hab wieder toast rotz sinceitas Vuki!